Der Prolog von Ochrit vom 14. Dezember Gedenken Die heiligen Märtyrer Tirsos, Lefkios und Kalinikos Die heiligen Tirsos und Lefkios waren geachtete Bürger von Caesarea in Bethinien. Der erste stand kurz vor der Taufe, der zweite war christlicher Kantechumene. Kalinikos jedoch war ein heidnischer Priester. Als Kumbricius, der Thronfolger des Kaisers Dezios, die Christen Erbarmuschus foltern und morden ließ, trat vor ihn der furchtlose Lefkios, tadete ihn und sagte, Warum führst du Krieg gegen deine eigene Seele, o Kumbricius? Wut entbrannt, befahl der Richter, ihn auszupatschen, zu foltern und schließlich zu enthaupten. Der gematerte Lefkios schritt zu seiner Enthauptung so freudig, als ginge er zu einer Hochzeit. Der selige Tirsos, der Zeuge wurde des Todes des mutigen Lefkios, trat ebenfalls wie Lefkios von göttlichem Eifer entbrannt vor den Richter und hadelte ihn für seine üblen Verbrechen und sein Unglauben an den einen wahren Gott. Er wurde ebenfalls ausgepeischt und ins Gefängnis geworfen. Die unsichtbare Hand Gottes heilte seine Wunden, öffnete die Gefängnistür und ließ ihn hinaus. Tirsos begab sich sogleich zu Philaeas, dem Bischof von Caesarea, um sich von ihm taufen zu lassen. Nach seiner Taufe wurde er von Neuem verhaftet und gematert. Doch er ertrug die Torturen, als wäre sie ein Traum und nicht die Wirklichkeit. Durch die Kraft seines Gebets stürzten viele Götzen um. Der heidnische Priester Kalinikos bekehrte sich zum christlichen Glauben, als er dies sah, und er wurde zusammen mit Tirsos zum Tode verurteilt. Kalinikos wurde enthauptet und Tirsos legte man in ein Holzsag, um ihn zu zersägen. Doch Gottes Kraft ließ das nicht zu, und die Säge konnte nicht das Holz eindringen. Da richtete sich Tirsos im Sarg auf und betete dankbar zu Gott. Und friedvoll übergab er es dem Herrn seine Seele. Am Ende des 4. Jahrhunderts baute Kaiser Flavien eine Kirche zu Ehren des heiligen Tirsos in der Nähe von Konstantinopel und legte darin dessen heilige Reliquie nieder. Der Heilige erschien Kaiser Purcheria in einer Version und riet ihr, die Reliquien der 40 Märtyrer neben den Seinen zu bestatten. Die heiligen Märtyrer Philemon, Apollonius, Arianos und andere Während der Herrschaft des Diokletianen verfolgte ein Richter namens Arianos auf grausame Weise die Christen in Ägypten. Er verhaftete Apollonius und drohte ihn mit Foltern an. Apollonius bestach in Furcht vor den Torturen einen bekannten heidnischen Musiker namens Philemon, vor den Götzen an seiner Stelle verkleidet mit seinen Gewändern Opfer darzubringen. Als Philemon vor die Götzen trat, strahlte das Licht Christi plötzlich in seinem Herzen auf und er vollzog das Zeichen des Kreuzes. Als er aus seinem Tempel trat, begann er zu rufen, Ich bin ein Christ, ein Diener des lebendigen Gottes. Als der Richter dies hörte, begann er zu lachen, da er dachte, Philemon würde die Christen verhöhnen. Später erlitt Philemon schreckliche Matern. Regen fiel vom Himmel und taufte ihn. Schließlich wurde Philemon und Apollonius vom Richter Arianos enthauptet. Doch da sein blindes Auge auf wundersame Weise an Philemons Grab geheilt wurde, wurde Arianos selbst Christ. Arianos wurde von Kaiser Diokletians um Tode verurteilt und zusammen mit vier Soldaten getötet, die sich gleichfalls als Christen bekannten. Lobesünde Die heiligen Märtyrer Tirsos, Levkios und Kalinikos Den Glauben kanntet ihr, nahm der Christos an. Eure Leiber gabt ihr hin, um eure Seelen zu retten. Dafür leuchten eure Namen im Himmel. Und ein unausschlüssiges Feuer leuchtet in der Kirche. Unsterbliche Helden betet für uns, dass sie Wolken der Sünde von uns ziehen. Seliger Levkios Und edler Tirsos Ruhmreicher Galinikos und würdiger Philemon Und die anderen alle, die grausame Matern erduldeten. Jetzt seid ihr Bewohner einer besseren Welt. Ihr wundervollen Leuchtfeuer betet für uns, Märtyrer Gottes betet für die Kirche. Ihr kanntet die Liebe, den himmlischen Besitz. Die Erde kanntet, kannte sie nicht, nicht einmal ihren wahren Namen. Ihr saht sie vollständig im Sohn Gottes, Im Zeichen der Kreuzigung und auf seiner blutigen Stirn. Jetzt seid ihr Gott nahe und schaut sein Angesicht. Bedeckt unsere Sünden durch eure Gebete. Betrachtung Es gibt drei Arten von lobenswertem Eifer. Eifer darin, sich von sündigen Begierden und Gedanken zu reinigen. Eifer für die Wahrheit des Glaubens und Eifer für Gottes Gerechtigkeit unter den Menschen. Alle drei waren in der Seele des heiligen Nikolaus des Wundertitis vollkommen vorhanden. Er zeigte Eifer in der Läuterung seiner selbst während seines ganzen Lebens. Er hielt sorgfältig Wache über sein Herz. Sein Eifer für die Wahrheit des Glaubens wurde besonders deutlich während des Ersten Ökumenischen Konzils in Ikea, wo er einen heftigen Streit mit Arius ausdrug. Sein Eifer für Gottes Gerechtigkeit unter den Menschen konnte man insbesondere bei zwei bemerkenswerten Ereignissen sehen. Einmal, als er bei einer Gelegenheit drei unschuldige Menschen vor der Todesstrafe bewahrte, in seiner Abwesenheit verurteilte einmal der habgierige Militärgouverneur von Mira namens Ephtasius drei Unschuldige zum Tod durch den Haupttum. Er hatte von deren Feinden und Bestechungsgeld erhalten. Als der heilige Nikolaus dies herfuhr, kehrte er in größter Eile nach Mira zurück. Die verurteilten Männer wurden auf den Hinrichtungsplatz geführt und der Henker hatte schon sein Schwert über sie erhoben. In diesem Augenblick ergriff Nikolaus das Schwert, rief es dem Henker aus der Hand und befreite die Verurteilten. Dann rückte er Ephtasius und führte ihn so zu Scham und Reue. Und auf ähnliche Weise wurden die drei Generäle Nepotianus, Ursus und Erbilionus vor Evlavius, dem Gouverneur von Konstantinopel und vor dem Kaiser selbst verleumdet. Der Kaiser unterschrieb das Todesurteil. Am Abend vor ihrer Hinrichtung beteten die drei Männer zu Gott und sprachen, O Gott, den Nikolaus anruft, rette uns unschuldige Männer vor dem Tod. In dieser Nacht erschien Nikolaus dem Kaiser und dem Gouverneur im Traum, klagte sie wegen ihrer Ungerechtigkeit an und befahl ihnen, die drei Männer sofort aus dem Gefängnis zu befreien. Am folgenden Tag berichteten der Kaiser und der Gouverneur einander die gleiche nächtliche Vision und sie erließen den Generälen sowohl das Todesurteil als auch die Kerkerhaft. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Abrams Gehorsam gegenüber Gott. Wie Abram Gott gehorchte, als er ihm sagte, er solle aus seinem Land, von seiner Verschwandschaft und aus seinem Vaterhaus vorziehen. Genesis 12 Wie er Gott gehorchte, als dieser ihm befahl, seinen einzigen Sohn als Opfer darzubringen. Genesis 22 Homilie Über Jakob Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben ist bewahrt worden. Genesis 32, Vers 31 Der Gott Abrahams und Isaks ist auch der Gott Jakobs des Treuen, des Gehorsam, des Barmherzigen und Demütigen. Man kann sagen, dass Jakob ein demütiger Mann war, der Gott gesehen hatte. Denn er war wirklich demütig und er sah Gott, er sprach mit Gott, er sah die Engel Gottes und die Leiter, die von der Erde zum Himmel führt. Durch seine Sanftmut triumphierte er über Laban, seinen Schwiegervater, und Esor, seinen Bruder. Durch seine Sanftmut schuf er Frieden zwischen seinen Frauen, Lea und Rahel. Wegen seiner Sanftmut wurde er vom Pharao geliebt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich erben, sprach der Herr. Matthäus 5, Vers 5 Diese Worte wurden auch durch Jakob bestätigt. Er erbte das Land seines Vaters, seine Nachkommen wurden aus Ägypten befreit und erbten das verheißene Land. Und durch Christus den Herrn, sein Nachkommen, gemäß dem Fleisch, erbte er die ganze Erde in der Kirche Gottes, die sich über die ganze Erdüberfläche ausbreitete. Ich sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Jakob sah Gott als Menschen, doch nicht als den wahren Menschen. Diese Vision war nur eine Vorabbildung der wahren Inkarnation Gottes als Mensch. Er fährt fort, und mein Leben ist bewahrt worden, wenn Jakobs Leben bewahrt wurde. Als er nur eine Vision Gottes sah, wie viel leichter ist es für uns, gerettet zu werden, die wir Gott als wahren Menschen kennen, als Menschen gewordenen Gott. O sanftmütiger Herr, du Stärke und Ruhm der Sanftmütigen, wie du Jakob durch eine Vision von dir bewahrt hast, rette auch uns durch dein wahren Leib und dein Blut. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.